Dominic Thiem hat noch gute Chancen, sich für die ATP Finals in London zu qualifizieren. Um allerdings zu den 8 besten Tennisspielern der Saison 2018 zu gehören, ist ein gutes Abschneiden beim Masters in Paris-Bersee notwendig. Zum Auftakt trifft Thiem dort in der zweiten Runde auf Gilles Simon aus Frankreich. Spox erklärt, wo die Partie im Livestream und Live-Ticker zu verfolgen ist. In der Wiener Stadthalle setzte es für Thiem eine empfindliche Viertelfinal-Niederlage gegen keine Schickorie. Nach einer starken Saison, die unter anderem mit dem ersten Grand Slamé-Finale der Karriere ihr absolutes Highlight fand, ist Thiem im Race to London nach wie vor an der achten Stelle gereiht. Seine härtesten Konkurrenten um einen Startplatz in der Londoner Rocai Arena sind Nishikori und John Eisner, die beide in Schlagdistanz zu Thiem liegen. Bereits mit einem Sieg in der 2. Runde von Paris wäre ein großer Schritt in Richtung London gemacht. Dominic Thiem gegen XXX im Livestream. Wann spielt der Dominator? Thiem spielt am Mittwochnachmittag nicht vor XXU gegen XXX seine Zeitrunden-Party auf dem Center Court. Nach einem Freilos in der ersten Runde ist das Teams erster Auftritt in Paris. Dominic Thiem's Bilanz gegen XXX, 9 Matches, 7 Siege, 2 Niederlagen, letzte Begegnung, 2018 in Lyon, Team siegte mit 3 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 1. Dominic Thiem, Abschneiden beim ATP Masters, minus 1.000 in Paris-Berzier, Abschneiden verloren gegen Ergebnis 20.142. Runde Estan Wawrinka SUI, 4 zu 6, 6 zu 7, 6, 2 0 1 5 2 Runde Kevin Anderson RSA, 7 zu 6, 3, 6 zu 7, 4, 6 zu 7, 5, 2 0 1 6 2 Runde Jaxok USA, 2 zu 6, 4 zu 2 und 60.017 Achtelfinale Varnander Verdasco ESP, 4 zu 6, 4 zu 6 Runde Jaxok USA, 3 zu 7, 6 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 7, 7 zu 7, 7 zu 7, 7 zu 8.017 Achtelfinale Varnander Verdasco ESP, 4 zu 7, 8 zu 7, 8 zu 7, 8 zu 8.017 Achtelfinale Varnander Verdasco ESP, 4 zu 8.017 Achtelfinale Varnander Verdasco.